Hallo liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum 49. Podcast des Klinikums Fürth mit Informationen aus dem Krisenstab im Rahmen der Corona-Pandemie. Mein Name ist Manfred Wagner, ich bin medizinischer Direktor und Leiter des Krisenstabs und alle Informationen, die Sie jetzt hören, haben den Stand von Donnerstag, den 28. Mai um 19 Uhr. Ja, wie Sie vielleicht schon aus den Medien erfahren haben, haben die USA heute einen traurigen Rekord gebrochen, denn seit Beginn der Corona-Pandemie sind dort nun mehr als 100.000 Menschen mit oder an einer Infektion des Virus gestorben. Und während sich die Fallzahlen und Todesfälle in den USA so drastisch entwickeln, melden viele Stadt- und Landkreise in Deutschland zum Glück mittlerweile immer weniger Neuinfektionen. Die Gesamtzahl an registrierten Infizierten in Deutschland liegt mit dem heutigen Stand bei 181.000, allerdings sind davon auch schon über 163.000 wieder gesunde, sodass es aktuell weniger als 20.000 aktuelle Erkrankte gibt. Für Fürth, Stadt und Land ist erfreulicherweise nur ein Plus von zwei Neuinfektionen gemeldet. Und bei uns im Klinikum versorgen wir heute acht Covid-Patienten, einen davon auf der Intensivstation. Ja, nachdem wir ja am Montag dieser Woche unseren Kuhbau für die allgemeingariatrischen Patienten, die auf eine Aufnahme in einem Alten- oder Pflegeheim oder in einer Kurzzeitpflegeeinrichtung warten, eröffnet haben, haben sich die dortigen verantwortlichen Gedanken um eine angepasste Besuchsregelung für den Kuhbau des Rückgebäudes gemacht. Die Regelungen für Besucher orientieren sich selbstverständlich an den hausweiten Regelungen. So dürfen die Non-Covid-Patienten maximal einmal am Tag für eine Stunde einen Besucher empfangen. Und der Besucher ist wie üblich vorab in Orbis zu hinterlegen und darf während des Aufenthalts des Patienten auf der Station nicht wechseln. Auch im Kuhbau ist der Besuch nur im Patientenzimmer gestattet und ein gemeinsames Spazierengehen im Gebäude oder auf dem Freigelände ist untersagt. Und natürlich tragen sowohl der Patient wie auch der Besuch einen Mund-Nasen-Schutz. Abweichend gilt aber für den Kuhbau, dass sich die Besucher nicht erst über den Haupteingang einschleusen müssen, sondern direkt am Rückgebäude in Empfang genommen werden. Dort klingeln die Besucher und erhalten dann nach durchlaufendem Gesundheitscheck Zutritt zur Station. Die Besuchszeiten im Kuhbau sind von 13 bis 16 Uhr mit letztem Einlass um 15.30 Uhr. Alle Angaben dazu finden Sie natürlich auch wie immer im Intranet. Vielleicht noch generell zur Besuchsregelung. Bitte tragen Sie den für den Patienten erlaubten festen Besucher im Orbis-Formular Besuchserlaubnis-Pandemie zeitnah nach Aufnahme auf einer grünen Station ein. Durch diesen Eintrag ersparen wir den Mitarbeitern an der Pforte und auf den Stationen, dass zeitraubende Rücksprachen getroffen werden müssen, da ein Besucher zum Patienten möchte, aber noch nicht in Orbis hinterlegt ist. Zum Thema Mitarbeiterscreening. In der kommenden Woche sind die letzten Abteilungen unseres Klinikums im Zuge des Mitarbeiterscreenings für die Routineabstriche eingeplant. Am kommenden Mittwoch und Donnerstag besteht zudem die Möglichkeit für Mitarbeiter, die bislang noch nicht beim Screening-Abstrich waren, diesen nachzuholen. Damit haben wir dann alle Bereiche und Mitarbeiter in einem ersten Durchlauf des Screenings erreicht. Das Thema der Screening-Abstriche bei Mitarbeitern im Gesundheitswesen und auch von Personal in der Kinderbetreuung oder in Schuleinrichtungen wird derzeit ja politisch intensiv diskutiert. Und wir erwarten hier in den nächsten Tagen auch einheitliche Empfehlungen. Wir werden unabhängig davon auf jeden Fall unser Mitarbeiterscreening weiter durchführen. Unsere Hygieneabteilung hat hierzu auch einen fertigen Plan entwickelt, welche Bereiche engmaschiger und welche auch seltener aufgrund ihres Einsatzorts oder ihrer Einsatzart abgestrichen werden müssen. Die genaue Frequenz wollen wir aber auch dem jeweiligen Infektionsgeschehen hier im Großraum anpassen, weil das auch einen Unterschied macht und wir werden das dann auch immer wieder bekannt geben. Aber definitiv werden weiterhin regelmäßig Mitarbeiterabstriche durchgeführt und wir werden sie darüber informiert halten. Um die Terminplanung dieses Screenings zu erleichtern und an den Abläufe im Stationsalltag auszurichten, ist geplant, dass die Abstrichtermine je Abteilung künftig über einen Kalender durch die jeweilige Führungskraft der patientennahen Bereiche selbst gebucht werden können, um dann auch so eine Häufung beim Abstrich zu vermeiden. Genaueres dazu kriegen Sie hier aber auch noch in Kürze wieder als Information. Erinnern möchte ich Sie auch nochmal an unsere Pflichtschulungen, die über das E-Learning-Portal zu absolvieren sind. Insbesondere die Lerninhalte zur IT-Sicherheit im Krankenhaus sind für das kommende Kritis-Aute zertifizierungsrelevant. Also bitte loggen Sie sich entweder über das Intranet oder über den Mitarbeiter-Login auf unserer Klinikums-Homepage ein und absolvieren Sie die Lernmodule. Die Pflichtschulung zur IT-Sicherheit ist bis zum 15.06.2020 von allen Mitarbeitern zu absolvieren. Bitte informieren Sie hierüber auch Ihre Kolleginnen und Kollegen. Ja und wie jeden Tag auch heute eine positive Geschichte zum Abschluss. Und das ist hoffentlich ein wirkliches Highlight. Vor circa fünf Monaten musste sich das Klinikum Fürth ja IT-technisch als Folge des Emotet-Cyberangriffs sozusagen in elektronische Quarantäne begeben. Nach zahlreichen Arbeiten zur Erhöhung der IT-Sicherheit hinter den Kulissen können nun erste Lockerungen vorgenommen werden. Und ich zitiere mal aus einer Mail von Herrn Zettelmeißel, unserem IT-Leiter. Der Cyberangriff beeinträchtigt die Prozesse im Klinikum Fürth immer noch an vielen Stellen stark. Eine einfache Rückkehr zur früher bekannten Normalität ist aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Deshalb arbeiten wir als IT seit Ende Dezember mit Hochdruck daran, technische Lösungen für sichere Lockerungen aufzubauen und gleichzeitig die IT-Sicherheit im Klinikum Fürth zu erhöhen. Dabei sind bereits zahlreiche Maßnahmen umgesetzt worden, die Sie als Anwender meist gar nicht aktiv mitbekommen haben oder teilweise nur einzelne Fachbereiche betroffen haben. Ein wichtiger, für uns alle aber sichtbarer Schritt zur Erleichterung der Arbeitsprozesse ist seit heute verfügbar. Erstens der Zugriff auf die Outlook-Webanwendung und somit der Zugriff auf die dienstlichen E-Mails ist wieder für alle Mitarbeiter des Klinikums möglich. Hierzu können Sie wie früher direkt über einen Browser auf Ihre E-Mails zugreifen. Melden Sie sich mit Ihrer Windows-Kennung an im Klinikum und nutzen Sie Ihr Windows-Kennwort. Wichtig zu wissen, der Zugriff von extern, zum Beispiel von zu Hause, wird zukünftig nicht mehr möglich sein, wie er jetzt auch die letzten Monate schon nicht mehr möglich war, weil das einfach sicherheitstechnisch nicht abbildbar ist. Zusätzlich zu den bisher möglichen Dateien mit Endungen, PDF, Text können ab sofort auch wieder Dateien im Excel-Format, Word-Format, PowerPoint-Format oder als JPEG versendet und empfangen werden. Die Standardanzeige der E-Mails in Outlook wird auch wieder von nur Text auf ein HTML-Format umgestellt. Das heißt, dass in Zukunft wieder Formatierungen, Links und so weiter direkt angezeigt werden. Allerdings erst nach dem Neustart Ihres Rechners. Es steht technisch eine neue Lösung für den Internetzugriff zur Verfügung. Diese wird im ersten Schritt zur Bearbeitung von kritischen Prozessen zur Verfügung gestellt. Ziel ist es, dass in den nächsten Monaten, aber auch alle Personen, die früher Internetzugriff hatten, diesen wieder zur Verfügung gestellt bekommen. Ein genauer Zeitplan hierfür wird von der IT aktuell erstellt. Für diese wirklich guten und hoffentlich auch erleichternden Nachrichten bedanke ich mich, wahrscheinlich im Namen von uns allen ganz herzlich. Es war ein großes, herausforderndes Stück Arbeit, das auch sicher noch nicht beendet ist, aber für uns alle die Arbeitsprozesse im Alltag auf der Station, in der Funktion, in den Sekretariaten und der Verwaltung wieder erleichtert. Und ich hoffe, dass wir da jetzt wirklich auch hier in eine neue Normalität kommen und dafür ein ganz herzliches Dankeschön an unsere IT-Abteilung. Weil ich weiß, es ist ein Riesenspagat zwischen den Sicherheitsvorkehrungen, die notwendig sind und der Anwenderfreundlichkeit auf der anderen Seite. Ja, damit bin ich schon wieder am Ende. Ich denke, den nächsten Podcast werden wir am Dienstag nach Pfingsten machen. Ich wünsche Ihnen bis dahin schöne Pfingstfeiertage, vielleicht auch ein paar erholsame Stunden im Kreise Ihrer Liebsten und wünsche Ihnen in diesem Sinne, bleiben Sie gesund und zuversichtlich, Ihr Krisenstab vom Klinikum Fürth.